Am Auto, du bist zum LKW gerannt. Chill, chill, chill mal, chill mal, bitte. Von mir noch zwei, Dirk. Das sind vier insgesamt. Ich glaub, die haben kein Self, Dirk. Willkommen auf meinem ersten Warzone-Video auf diesem Kanal. Ich habe heute im Stream meinen alten Kill-Record von 24 Kills gebrochen. In dieser Runde hab ich 28 Kills gemacht und wollte euch die Runde daher nicht vorenthalten. Wenn ihr weitere Runden wie diese sehen wollt, schaut gerne bei mir auf Twitch vorbei. Dort streame ich zurzeit täglich ab 11 Uhr mit Chris und Floyd und Felix. Und ich überlege in Zukunft weitere von diesen Videos hochzuladen. Wenn es euch gefällt, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ansonsten würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Stimmen die Subs eigentlich? Ja, sehr gut. Seid gut, diese. Boah, bei mir gibt es heute Spaghetti-Bolognese. Oh, nice, bro. Ich mache mal wieder so ein Sujuk-Ei später. Digga, du erinnerst ich nur ein Sujuk-Ei. Und Sujuk ist ekelhaft. Das war ein Frühstück, immer. Sujuk ist ekelhaft. Was für Sujuk ist ekelhaft, hä? Sujuk ist echt ekelhaft. Fiddles Meinung ist sowieso nicht so viel wert, Leute. Ist das ohne Blockplayer gewesen? Ja, ja, ohne. Hm, Chili hat direkt geklappt. Warum, frage ich mich nur. Aber es waren ja eigentlich auch Freepix, ne? Na, egal. Ja, ich hole dich manchmal in die Teams. Ja, schon. Ich wollte gerade sagen. So, die setzt sich einfach in Superstorien in eine dunkle Ecke, weißt du, wie ich meine? Und dann... Ja, ja, ja. Nehmen die einen von uns raus, so haben die einen Gulag von uns schon mal mitgenommen. Ja, bei mir hast du 100k bei YouTube. Hab ich ja auch, Lukas. Ja, bei mir hast du 100k. Ach so, Chris? Nice. Ja? Phil meinte, das Sujuk schmeckt nicht. Äh, das ist halt so. Ja, dumm. Dumm. Direkt dumm. Oh, goldene Küche. Einfach widerlich. Das war die schlechteste goldene Küste. Oh, ich hab's so in allerletzter Millisekunde mal in den Falschen gezogen. Das war so ungesenkt. Soll ich eine Moneybox haben? Da fährt anders. Ne, warte mal. Ja, Digga, ich hab schon... Ich hab jetzt direkt dreimal Ping gehört, dass jemand meinen Namen geschrieben hat. Digga, ich werd ja so zu Zorben beleidigt. Ich hab schon einen Insta-Story gemacht. Hä? Ach so, das war... Da muss ich mich trotzdem... Ungelootet. Gutes dann. Oh, satten Plec. Na, Leute. Oh, ich will auch einen satten Plec. Ich kann euch packen geben? Ich find dann dauernd satten Plec. Hier liegen drei Stück. Wollen wir Gegner? Ich hab dann rechts. Horstlover. Und dann so ein Schwanz als... Das fällt voll direkt auf, Digga. Niemand freut. Mal ziehen wieder das, was er sehen will. Ich weiß, ich weiß, Janis. Ich weiß. Ich hab die... Ich muss dafür ein anderes Fenster öffnen. Jungs, auf der Markierung sind drei Platten, gell? 16... Drei Platten? Danke schön. Wir können Drop holen auch. Dann Chris kommt mit dein Geld, dann hol ich Drop. Ja. Wo war deine Markierung? Beim... Den Teken. Da. Digga... Warte, Chris... Du isst auch Butter auf dem Brötchen, oder? Er ist voll mute. Nein. Ich würd sagen, Butter würd ich schon essen, wenn ich nicht so faul wär. Butter ist widerlich. Nein, nein, nein. Chris soll sich ja muteen. Jetzt kannst du den Muni-Box raushauen. Ich hab voll. Ich hab auch voll, ja. Machst du. Brauchst du, oder? Natürlich. Ist du Butter auf dein Brötchen? Hä? Top-Bastard-Haus? Was ist das? Das kommt natürlich drauf an, was... Ja, ja, also jetzt... Ich mein, also... Sagen wir jetzt mal mit Käse zum Beispiel, oder halt Wurst oder so halt. Ich bin eher ein Fan von so Kräuterfrischkäse drunter. Oh, ja. Ja, aber du isst... Tendenziell isst du Butter. Ja, also wenn ich jetzt... Wenn kein Kräuterfrischkäse da ist, würde ich nicht einfach das Wurst oder den Käse auf... Ja, Phil findet nämlich Butter widerlich. Ja, auch dumm. Aber spielen wir noch mit Phil. Ich heiße auch nicht. Phil ist so ruhig. Ich hab so gedacht, der springt vom Haus rum, der ist einfach oben nur einmal hochgesprungen. Danke euch für die 100-Bit-Kuss. Oh, über mir hat drei Leute, glaub ich, oder zwei. Ja, ja, ja. Drei Leute. Floyd fährt hier hin, damit die wissen, dass wir da sind. Ja. Perfekt. Das ist wirklich perfekt, Floyd. Kein Ding. Ich versuchte den Toten schon hoch. Noch einer oben. Einer, Shoebreak. Knock. Ist doch einer tot. 13 Meter war euch, ist noch einer. Ja, der ist noch. Ja, der hat es genannt. Da war noch ein satten Plymouth. Ja, der ist noch einer auf der Seite von Phil. Oder wie er hochgerannt kommt. Nice. Digga, was waren das denn für Bots? Hier ist ein Shop. Können wir nochmal ein Dröhnchen kaufen. Ich baue die. Haben wir auch Schaden bekommen? Uiuiui. Haben wir überhaupt Schaden bekommen? Ich glaube nicht, oder? Äh, ich hab Shootbreak, weil drei Stück auf meiner Seite waren. Wunderbar. Der ist in den Bastard-Haus. Die snipen alle hierher. Ja, lass runter. Oh, Mann. Oh, Mann. Mein Phil von Bild hat sich in fünf Minuten... Ähm. Mein Phil von Bild. Mein Phil von Bild. Mein Phil von Bild. Nee, boll, dein Chat hat mich schon immer gehasst. Nee. Goliath, danke für dein Foto. Grüß, grüß, grüß. Geht raus. Äh, wahrscheinlich. Das ist mein Schaden hier. Zack, der hat er wirklich einfach fucking Sujuk und Butter nicht mehr. Frau Sujuk, ei. Nach so einer Aussage zu sagen, dass irgendjemand anderes Wheelchamp ist, Digga. Da ist ja wirklich das Weltbild komplett verkehrt rum. Wollen wir Truck hier nehmen bei FireRound? Oh, hell. Ja, wirklich. Ich bin blind geworden. Ähm. Vor mir einer. Guck mal, guck mal, guck mal, grüß, 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 grüß. Nee, 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 ich freite erst mal ganz kurz die Gegner von Dior. Kann nicht sein, dass Dior wieder alle Gegner füllen hat. Ich hab viel Fege-Aim heute irgendwie. Ich überfahre den. Oder auch nicht. Shieldbrake. Ich die ganze Zeit nicht. Ist er nach links oder rechts? Shieldbrake rechts rein. Hast du gerade gesagt, einer zielt auf mich? Jeden Tag hast du einen Film mein Geld. Adi, 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 adi. Adi, adi, adi. Ich glaube, ich muss mir gleich ein Käffchen machen. Wo ist eigentlich der Fall? Wo ist Marcel? Ähm, dann lass Bounty holen. Ja. Ich vermisse Marcel Brunschwein. Marcel ist, äh, hat, muss mit seinem Vater etwas erledigen, hat er gestern gesagt. Dann war der Konsens. Und er droppt, er droppt hier, Phil. Ich seh ihn nicht. Vielleicht hier bei seinem Loot, die rechts haben wir doch zwei getötet gehabt. Ja, 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 ja. Hey, wieder krieg ich die Kills nicht, weil ich zu Floyd geht. Oh, schon. Ja, ist super. Äh, das war das Kopfgeld? Ja, ja. Nein. Das wäre wieder so ein Scheiß-Tag für ihn. Nein. So ein Scheiß-Tag. Hat so sein nicht, den ich getötet habe. Ach so. Ach so, ich brauche das. Ich trage gar nicht. Wir haben den Kopfgeld. Der Kopfgeld war mit Bazzard-Häuser und der wurde getötet direkt. Trotzdem. Fahrt einer von euch, ich darf nicht fahren. Der Chat ist nicht der gleich, wenn Marcel nicht da ist. Wirklich so. Der Digga, der hat ja wirklich nie einen Kopf, sein Skin. Ja, ja. So, ne? Wenn ich einsteige, aussteigen, alles mögliche, es sieht immer so aus, hätte ich den Kopf. Ja, wahrscheinlich sieht es aus deiner Sicht immer so aus. Ja. Ja. Wie krass ist das denn? Man kann ja hier headglätschen. Egi! Ich habe Phil abgesetzt. Der im Hedi hat ein paar Sheetes. Wie die Pille. Wie lange hast du für den Witz geworfen? Nein. Wie er lacht! Er dachte immer noch. Ich fand den gut. Mega, hui! Die Tirok ist gleich Kiwi, er sieht ein bisschen aus wie einer. Hä? Hier ist ein Self-Revived. Meinst du? Sieht auch nicht so aus wie ein... Schocker, meinst du? Bastard. Ich habe schon gar nicht gesagt. Ach, Mann. Ey! Ich habe schon gesagt. Hätte die Tirok nicht gekürtet, ich wäre jetzt gekürtet. Äh? Hä? Die Tirok hat, glaube ich, schon gute Kills. Ich habe es aber nicht genommen, gell? Ich weiß nicht. Also ich wäre sauer, wärst du gekürtet. Ehrlich. Floyd hat mein Self-Revived genommen. Also wenn, dann hätte ich das Leben durch. Warte, 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 warte. Warum war es jetzt deins? Ich habe gesagt Shotgun. Ja. Ja, auf jeden Fall. Ich habe gestern Shotgun gespielt. Nein. Also hat es damit quasi schon... Zwei aus Superstar gelandet? Nein, 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 nein. Das auch. Ich würde die Drohne nicht verkaufen. Nein, 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 nein. Chris, wie korrekt hast du dich abgeholt hast? Ja, Floyd nehme ich dich mit. Will ich auch nicht. Fahr zu Bauti, Christian. Ja, ich drehe doch ab. Christian. Christian. Ich kämpfe so unten in dem Raum drin. Z4, Alter. Ach, Mann. Unnötiges Z4, wirklich. Unnötig, Digga, wirklich. Muss nicht sein. Unkorrekt von ihm. Nein, er fährt weg. Nein, nein, nein. Ich bin ehrlich, den Typ, den ich gerade getötet habe, der tut mir leid. Der tut mir echt leid. Lass uns, lass uns. Digga, ich schieße ihn an, er will wieder zurücklaufen in den Hangar. Er läuft gegen die Wand. Schade, Casey. Digga, das ist so ein richtiger Tod, den ich bekommen würde. Er läuft einfach gegen die Wand. Das ist, was mir vorhin eh nicht passiert. Oh mein Gott. Digga, das ist sein. Oh mein Gott. Hey, der andere ist weg. Fuck. Er war bestimmt gedowned. Er war bestimmt gedowned. Er konnte sein Auge. Hier, wo wir, wo der Dropfall sind, welche? Er war so schnell tot. Nee, er hat Geist. Er hat jetzt Geist. Er hat jetzt Geist. Ja, Full-Tipo, stich. Ja, aber mehr. Nein, hinter mir. Nein, das kann nicht sein. Habt ihr denn hinter dir? Von beiden Seiten noch. Digga. Alles ist weg, leise, leise. Und alle hatten safe. Du gehst jetzt extra auf, mich ein bisschen nachladen kann. Ach, Mann. Ich meine, das ist öffnig. Ach, Digga. Man sieht im Superstore einfach gar nichts. Christus, ich hätte uns alle das Leben gerettet. Weil ich mit viel zu zweit wäre. Nee, das wird heute nicht einmal wieder gekauft von mir. Sind wir auf eurer Leiche drauf, genau? Bist ihr da? Wir sollten jetzt einfach verläschen diesen Mist. Digga, das ist so dumm. Wir müssen uns das mal abgewöhnen, dass wenn wir im Fight sind, dass wir uns dann immer aufregen über unsere Tode, weil die anderen müssen halt Zaun touren. Das machen nämlich alle von uns. Ungewollt sogar. Nein, er spielt Schild. Nein. Warum gibt es Stunts im Gulag? Die gehören nicht rein, Digga. Stunts gehören nicht in den Drecks-Gulag. Ach, Mann. Ich glaube, man macht ja, ich glaube, man macht. Ich habe, wie viele waren das noch? Ich habe drei Stück rausgeholt. Ich habe einen genockt und gefinisht, definitiv. Hofft nicht. Good work, Piroc. Schild auch nicht. Ja, Schild ist ja aber noch okay, Digga. Bei Stun, also im Gulag macht es dann halt noch dreimal weniger Sinn. Piroc, ho'n Job. Piroc? Aber dafür habe ich es self-verdient. Ja. Nee. Ich gehe auch nicht dran, dann bleibt der Drop ein bisschen. Ja. Wenn du geisterst, dann musst du nicht dran. Nirgendwo liegt Pistolen, Muni. Doch, hier. Was brauchst du? Pistolen, Muni? Ich hoffe, Arschlecks. Nee, nee. Alles gut. Wo ist meine Leichtigkeit hier, ne? Ich habe meinen Daddy vergessen am Job, glaube ich. Nein, ich habe es geused für die Gegner. Hier liegt alles, wenn ihr was braucht. Ja, wir haben alles, glaube ich, gerade schon genommen. Okay, Bountade, also. So eine Arschrunde. Ich habe das Mike-Kills. So eine Kackrunde. Ja, stimmt. Bei den Silos ist auch dieser Drop. Da gehen safe ein paar hin. Ja. Ich habe schon die Ankündigung auszurechnen, ein Announcement. Ich habe extra einen Command geschrieben. Wild. Oh, Sniper. Irgendwo. Ich nehme mich mit, Phil. Und die Log auch, wenn er will. Nein, leg dich da hin. Mann, er ist nicht dumm. Mann, er ist nicht dumm. Er nimmt die Süßes wahrscheinlich, ne? Dann würde ich da mit diesem Werfer da wegknallen. Pass auf. Komm mir direkt. Nein, du hast das Auto so schlecht platziert. Nein, 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 nein. Hinter dem Händchen. Steht jetzt? Er ist one shot, absolut. Oh, das Paket mal. Ja, hinter diesem Häuschen will ich. Ich kriege die dümmsten. Nein, ich bin kurz dran. Tode heute. So dumm. Ich dachte, die sind alle in Richtung rechts und das sind die am weitesten links verteiltesten. Man hätte das Auto wirklich nicht schlimmer platzieren, hätte können. Ich hätte wirklich zwei Gegner so easy geholt, aber das Auto war raus. Ich kann es wieder holen. Ich kann es wieder holen. Digga. Für, äh. Für ist das Spiel. Ich stehe 3 zu 3 die Runde. Nice. Ich lande wieder am Job. Nee, da hol doch erst dann's. Land doch erst hier, aber nimm alles mit und dann gehen wir zusammen zum Drop. Ach so. Ich werde angesagt von, äh, White. Hier liegen, hier liegen nach Drohnen, hier liegen nach Drohnen. Stimmt, die haben ja das Ding aufgemacht. Ja. Ohne Shit, wie soll ich da mein Stuff rausgehen? Äh. Oh, am Drop sind vier Stück. Oh, hier liegt ja alles. Ja, dann lass da hinfahren, oder? Äh, erst die hier nah, oder? Hm, wozu? Die cammen halt da oben. Nee, einer ist unten. Ja, aber dann... Ich geh mal mit Leuten hier raus, damit die Gegner nicht bekommen. Äh, äh, ein Ding. Quatsch? Nicht, dass Leute, ah, jetzt stirbt unnötig. Nice. Ich fiel kurz, Leute, ich komme jetzt auch. Ich hab einen gefinished, eine Art Cheat-Hits. Bullfrog ist nice. Manche verstehe ich nicht, wie diese Drift-Funktion vom Auto funktioniert. Nein, es funktioniert das manchmal einfach nicht. Chris holt uns ab. Ja, wir laufen. Wir laufen hier. Ja. Ist irgendein Baum-Team? Da haben wir noch ganz viele Muni-Kisten hinter dem Ding. Jetzt nimmt die mit und Plattenkissen. Nimmt irgendwas mit, wenn die nix haben. Ich hab die alle rausgehauen, damit die keiner bekommt. Ja, oder so. Ja, direkt am Drop. Direkt an unser Drop von deiner Grest. Äh, M4, M4. Wollen gleich. Yo, yo, what the fuck. Yo, nice. Ich will nicht durch Super-Star gehen, bitte, Chris. Also fahr aus. Ja, ja. Fahr da rum. Ich fopp Drohne, wenn wir da sind. Ich steig hier aus. Oh shit. Nein. Eine Knock da vorne, Phil. Weil. Noll-Selfen. Auto fährt. Alright. Ich freu mich auf die Neue. Das war wieder so ein Scheiß-War-Sontag für ihn gewesen. Phil, du hast so aufgeklatscht. Na, ich hab ihn auch geisteskrank geholt. Alter, am Airpods sind so viele. Kommt mal ins Airpods. Bastard-Haus, lass die nicht pushen, oder? Ja, ja. Ich geh zu. Lass die bei Airpods, die sind tausend. Äh. Phil, nimm uns mit. Phil, nimm uns mit. Ich muss zum Drop noch kurz. Wett. Ja. Bastard-Haus sind halt vier Stück. Wär unnötig da jetzt zu treiben. Ja, ja. Halte dich zu schießen schon. Ja, tschö. Hey. Nimm die Waffen. Digga. Nimm die Falsch-Waffen. Ich nehmt Truck, ich nehmt Truck. Ach, Digga, das war wieder so dumm. Entschuldigung. Ey, D-Rock, das kann nicht sein. Was denn? Was kann ich denn jetzt dafür? Steig doch ein, damit ich losfahren kann, Digga. Du musstest doch auf Chris warten, nicht auf mich. Function Plus. Chris war doch am Drop, nicht? Ist das dumm, Digga. Kannst das jetzt nicht auf mich schieben, Bro. Chris war im Auto, du bist zum LKW gerannt. Tsch, 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 tsch. Von mir noch zwei, D-Rock. Das sind vier insgesamt. Ich glaub, die haben keinen Safety-Rock. Das sind verschiedene Teams, oder? Ja, das sind verschiedene Teams. Aber ich bin hier um das Eck, komm, ich bin zuerst. Du musst nicht pushen, du musst nicht pushen. Kann sind, kann sind, D-Rock. Ja, der eine ist on mich. Ich komm zu dir, ich komm zu dir, ich komm zu dir. Nein. Er spielt auch im 16 oder so. Ich hab zwei Knock, einer noch. Was? Nein. Ich kaum Connector. Nein, Mann, einer wieder Knocked. Gegenseitig genug. Deiner hat sich die ganze Zeit markiert. Ich hab drei Stück. Ich weiß nicht, ob er noch fehlt. Wir hatten auf jeden Fall keinen Geist. 19 Meter links. 19 Meter links. Ja, ja. Top oder wo? Ich weiß es nicht. Wo ich von den hinten eingedäht. Oben wäre es um drauf. Vordach meine ich sogar. Ne, 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 vordach, vordach, vordach. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein, dass er mich so perfekt stand. Das kann nicht sein. Mann, haltet. Das kann wirklich nicht sein. Digga-Stunz wirklich so eine Mist-Scheiße. Vor allem, wenn du weggedreht bist gerade von dem Ding. 0 OP. Ne, ne, ich danke dir nicht OP. So eine dumme Scheiße. Jason, danke für den frischen Prime. Ach, Mann. Oh, der Drop. Nein, nein, nein. Der ist gerade so. Das kann doch nicht wahr sein, ne? Neuer Drop kommt gleich. Unten drin ist doch ganz viel unten drin, Jungs. Oh, 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 oh. Superstar, Superstar, Superstar. An der Ecke. An der Ecke hier. Ich kann, warum markiere ich dort den LKW? Oh, der war lost. Der war full lost. Was? Wollen wir schon, es geht. Green, Green, das war in die. Ah ja, Muni, bräuchte ich kurz. Mal sehen, ob die Kürze kann 30 machen. Ja, ja, hier. Ja, wir müssen ja. Wahrscheinlich 30. Oben drauf, Green. Einer ist gerade rausgekommen. Wir haben zwei noch Semtex. Sprüche. Nein. Ich habe hochgestand, einer ist runtergesprungen. Was ist der denn? Der war, wusste. Nein, ich weiß. Hier oben ist auch noch so gefeedbackt, Alter. Ja, ja, er wusste, er hat eh keine Chance. Nein, äh, von Richtung Silos. Silos. Okay, dann, wir können unten rum rum, easy. Ich wollte noch mal kurz gucken. Silos zu den Hangars vor uns laufen. Ja, ja, da, da. Ja, fang ich ab, easy. Cheap break? Am Dings, am Truck oder was das ist? Äh, Outdoor. Wo fährt der denn? Easy Picks hier. Links war noch einer. Ja, ja. Der andere flimmert, der andere flimmert. Am Truck. Ich sehe es nicht. Ich sehe auch nicht. Der Truck hat Shield Hits. Knock am Truck. Nice. Der andere war close bei uns. Close bei euch? Ja, hier irgendwo. Äh, hier irgendwo, sorry. Ja, in der Garage. Links ist auch irgendwie close. Der ist ein Schatz. Wollen wir dir die Rock? Der Zelf oder nicht? Ja, ja, Zelf. Ich brauche mich für nicht. Alle TD wie im Clan deck. Hier kann easy noch 30 machen mit dem Kills last. Ja, scheiße, 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 Wie kann man dann schon eins und Kills haben, so early? Äh, so early? What the hell? Das ist Endzone. Das ist Endzone. Er sagt Early, eh? Äh, ich glaube mir sicher, dass es Endzone ist. Ich kann Chris, äh, Filly holen. Ich habe leider keine Stunts, weil das macht mich ein bisschen... Lass Chris gehen. Weil wenn du stirbst. Das war aber wirklich... Also zum Kotzen die Tote waren gerade. Drei Kill. Da habe ich Kill Rekord. Also 24 ist mein Kill Rekord, meine ich so. Easy. Was sagt ihr? Die werden hier auch hinten dran sitzen. Ja, ich weiß nicht. Ja, ich weiß nicht. Nein, nein. Auf dem Position. Digga. Der ist der voll Arsch. Der war ja kacke. Ich habe auch falsche Taste wieder gedrückt. Ich gehe hier einfach Waffen gewechselt vor. Die rechts. Die Rekord. Was? Wo kommst du dich nicht? Ich hatte... Chris holt dich. Ich hatte 3,9. Ich hatte nicht gewonnen. Hier am Shop. Hier am Shop. Kannst du ihn kaufen. Und rechts? Es tut mir so leid Phil. Finde ich immer bad. Was hast du gekauft? Drohne? Eine Drohne gepoppt und brät sie mit. Genau. Ich dachte du hast ihn gekauft, deswegen. Nee, ich konnte nicht. Nee, Chat. Ich will ihm... Also... Ich will ihm... Ja, äh... Ich bin safe vom Club, oder? Äh... Keine Ahnung. Äh... Easy kills, easy kills, easy kills. Ich stunne, ich stunne. Ich hab gestunne, ich hab gestunne. Du kannst easy töten. Das hat immer noch mich. Du musst easy haben. Halt. Ein Kill noch, dann habe ich 25, dann habe ich meinen Kill-Rekord. Also ich habe gerade meinen aktuellen Kill-Rekord. Genauso wie bei mir letztens mit der... Mit dieser Quads-Runde. Äh... In dem Hangar. Ich hab noch ne Muni braucht. Für Stunts und sowas. Soll ich die mal jugend? Ich brauch die. Ich brauch die. Braucht ihr die auch? Noch nicht, nee. Okay. Phil, du müsstest wenn dann eh zu uns kommen noch, ne? Ja. Du musst auch crossen. Naja, die aim hier ab. Ja, der Hangar da halt, ne? Ich hab noch ne Precision. Ja. Shieback ist da... Shieback ist da... Shieback ist da die... Ja, okay. Ja, ja. Ich käme sie close. Es sind 6 alive. Da, Jungs, da, da. Ja, wer kann dann seinen Kill-Rekord noch mehr fahren. Für mich der Bund. Ja, Mann. Aber wir sollten halt auch win-Horn. Safe, ne? Ja, 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 ja. Äh, ja, ja. Close, ne? Den hab ich mir. Ich glaub die Schatz war nur close, oder? Ne, 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 der war hier bei mir. Zwei Stück, zwei Stück. Ich mach dann eigentlich nie. Hey, ich hab einen Live-Macht. Ich hab einen Live-Macht. Nein, der Klasse gehört mich. Der Herr, der hat mich nicht angezeigt. Hast du? Eine Klasse hast du close, ne? Ich würde die gerne falten jetzt. Ich hab einen Cluster. Ich hab auch noch ein Position. Das ist das letzte Team. Das ist eine? Zwei Team. Zwei. Ich hab noch zwei Leute, sind noch zwei Leute. Ja, du kannst die beide holen, wenn du willst. Ja, lass mich lassen. Ja, egal. Dann lass mich den anderen noch. Da hab ich 27. Hier liegt der noch. Der saft sich gerade. Holen dir. Der hat mich da noch. Die genau bei ihm sein eigentlich. Ja, der ist eh links. Ja, der ist eh links. Der hat gesagt, der hat gesagt. Der hat gesagt, der hat gesagt. Und links ist der andere. Was? Was? GG's! Oh mein Gott. Was, Jose? Perfekt. Ich mach so einen 24 Leute. Oh mein Gott, alter holy shit. Da ist das kranke Runde, Mann. Holy shit. Geile Runde, geile Runde. Vielleicht, Paul. Vielleicht. Wieso tust du dir das an? Du sagst nur, jetzt ist auch schon mal wie lang. 1. 2. 2. 3. 3. 2. 5. 6. 6. 5. 6. 4. heute, dass du den einen nochmal Self-Pass machen lassen. 28 Jahre, hä? Ja, ich hab am Ende nochmal zwei, die, die Cluster gone haben, waren nochmal zu zweit haben mich gepusht. Hier hab ich für euch das Loadout, mit dem ich in dem Video gespielt habe. Ich hab die FFAR Overkill M16 gespielt. Die Klasse macht enorm viel Spaß zur Zeit und ich denk mal, bis zur neuen Season werde ich sie weiter so spielen. Die FFAR spiel ich mit dem Agency Schalldämpfer, den 19.5 Taskforce Lauf, den Field Agent Unterlauf, das schnelle 50er Schussmagazin und den Raidershaft und die M16 spiel ich auch mit dem Agency Schalldämpfer, den 15.9 Strike Team Lauf, den Field Agent Unterlauf, das 60er Schnelllademagazin und dem Axial Arms 3 Visier. Baut ihr euch gerne nach, die Klasse macht wie gesagt sehr viel Spaß zur Zeit und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns morgen um 11 Uhr auf Twitch wieder.